Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzverb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Proben. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Probt. Probte. Hat geprobt. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich probe. Du probst. Erprobt. Wir proben. Ihr probt. Sie proben. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich probte. Du probtest. Erprobte. Wir probten. Ihr probtet. Sie probten. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe geprobt. Du hast geprobt. Er hat geprobt. Wir haben geprobt. Ihr habt geprobt. Sie haben geprobt. Sie haben geprobt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich probt. Du probtest. Erprobe. Wir proben. Ihr probet. Sie proben. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich probte. Du probtest. Er probte. Wir probten. Ihr probtet. Sie probten. Den Schluss macht der Imperativ. Probe du. Proben wir. Probt ihr. Proben sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verbproben. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.